Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch das Rapid White Bleaching Power Set für zu Hause. Ja Leute, sind wir mal ehrlich, ja, jeder von uns will perfekte Zähne haben. Am besten super gerade und super strahlend weiß, ja. Aber viele von uns trinken Kaffee oder Cola oder rauchen auch sogar noch, ja. Also lieber nicht rauchen, alles ungesund, ja. Und das am besten auch kein Kaffee trinken und keine Cola trinken. Aber Leute, es kann natürlich sein, dass die Zähne sich im Laufe der Zeit ein wenig gelb verfärben. So, mittlerweile sind wir aber im 21. Jahrhundert. Und da gibt es natürlich die ein oder andere Möglichkeit, um seine Zähne ein wenig weißer zu bekommen. Und dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, check es einfach mal hier oben aus. Ich habe da halt ein paar Möglichkeiten vorgestellt, wie man seine Zähne ein wenig weißer bekommt, welche Möglichkeiten es gibt. Und eine davon, ja, die habe ich jetzt hier getestet. Und zwar das Rapid White Bleaching Power Set für zu Hause. Was mir natürlich direkt aufgefallen ist, als ich dieses Power Set in der Hand hatte, da steht drauf, das kommt aus den USA. Ja, die Amis sind ja sowieso, was Zähne angeht, so ein bisschen Baller-Baller. Die wollen ja alle diesen perfekten Hollywood-Smile haben. Was noch drauf stand, ja, ganz, ganz wichtig, ein Sofort-Effekt von zwei Stufen heller. Ja, und wenn sowas auf einer Verpackung draufsteht, da bin ich persönlich ja immer so ein bisschen skeptisch. Und denke so, hm, ob das wirklich stimmt. Und da habe ich mich nicht lumpen lassen. Und da habe ich gedacht, komm, und habe das Set direkt mit nach Hause genommen und für euch getestet. Bevor es losgeht, checken wir erstmal, was beim Bleaching Set alles mit dabei ist. Als allererstes das wichtigste Instrument, ja, die Aufhellungsskala. Da kannst du nachher ganz genau messen, okay, sind deine Zähne denn auch wirklich weißer geworden? Und wenn ja, um wie viele Stufen? Dann der Beschleuniger, das Whitening-Gel, die Aufhellungszahnpasta und zwei Plastik-Zahnschienen, die in so einer blauen Dose liegen. So weit, so gut. Das ist jetzt auf jeden Fall alles in dem Set enthalten. Und bevor es jetzt losgehen kann, müsst ihr diese Zahnschienen, die in dieser blauen Dose sind, erstmal im warmen Wasser einweichen. So, und wenn ihr die eingeweicht habt, dann müsst ihr die oben und oben auf eure Zähne halt drauflegen. Und dann wirken die so ein bisschen ein und passen sich deinen Zähnen an. Das müsst ihr, bevor es überhaupt losgehen kann, erstmal machen. Wenn ihr das gemacht habt, kann es losgehen. Als allererstes kann man jetzt den Beschleuniger benutzen. Den Beschleuniger trägt man vorne auf die Vorderzähne auf, oben und unten. Und das könnt ihr euch so vorstellen, das ist wie so ein Filzstift, der sieht auch so aus, mit dem man halt vorne unsichtbar auf seinen Zähnen herummalt. Und das ist der erste Schritt. Als nächstes müsst ihr die angepassten Zahnschienen dann mit dem Aufhellungsgel befüllen. Ich habe das persönlich immer schon vorher gemacht. Ihr müsst einfach die angepassten Zahnschienen nehmen und halt schön vorne und hinten überall schön das Aufhellungsgel drauf machen. Und wenn ihr das gemacht habt, also das Aufhellungsgel drauf gemacht habt, ich kann euch an dieser Stelle empfehlen, macht das schon vorab, bevor ihr diese ganze Prozedur einfach startet. Und wenn ihr das gemacht habt, legt ihr die dann oben auf eure Zähne, als auch unten auf eure Zähne und müsst dann so circa 10 bis 15 Minuten warten und das Ganze einwirken lassen. Und an dieser Stelle ist halt auch dieser Moment, wo halt der Beschleuniger mit dem Aufhellungsgel zusammenwirkt. So, nach 10 bis 15 Minuten ist das ganze Prozedere dann rum. Ihr merkt auch nichts, das spürt ihr gar nicht. Und das Ganze tut auch nicht weh, oder so, ganz im Gegenteil, also ihr spürt das gar nicht. Ja, das riecht nur extrem nach Zahnarzt, das war es auch. Und zum guter Letzt spürt ihr alles aus und nehmt die Aufhellungszahnpasta, die mit dabei ist und putzt mit der Aufhellungszahnpasta ganz normal eure Zähne. So einfach und so easy funktioniert das Ganze, tut nicht weh, ist ganz einfach, kann jeder. Und jetzt nochmal auf den Sofort-Effekt, ja, da will ich nochmal drauf zurückkommen. Denn, ja, ich bin ja immer sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Aber Leute, ich habe extra die Kamera aufgestellt, als ich zum ersten Mal das Bleaching-Set getestet habe und schaut selber, wie meine Reaktion war. Ey, verdammt nochmal, dann würde ich jetzt echt sagen, dass ich jetzt eher bei einer 8 liege. Ey, Leute, kein Scheiß. Das stimmt tatsächlich, was da drauf steht. Ey, ich werde bekloppt. Leute, ich bin tatsächlich überrascht, ja, weil ich bin immer so ein bisschen skeptisch, gerade auch bei den Haarstyling-Produkten, die man immer testet, wo drauf steht. Ja, super extremer Halt und so, weil meistens stimmt doch nicht das, was da drauf steht. Und die Produkte versprechen meistens nicht das, was auf den Verpackungen steht. Aber tatsächlich, wie man gerade gesehen hat, es ist echt eine Auffällung von zwei Skalen, ja, von zwei Stufen zu sehen auf dieser Auffällungsskala. Hey, hätte ich echt nicht gedacht. Ich werde das jetzt mal eine Woche lang austesten. So, Leute, ich habe das Set dann auch wirklich eine ganze Woche lang getestet und nach dieser Testwoche habe ich jetzt nochmal drei Wochen gewartet, bevor ich jetzt dieses Video mache, um halt zu schauen, okay, ist die Wirkung echt gut oder verfliegt die halt nach ein paar Wochen wieder. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Als ich das erste Mal getestet habe, da waren meine Außenzähne so bei der Skala bei 13 und meine Frontzähne, also meine Schneidezähne so bei 10,11. Und die Skala habe ich natürlich noch wieder mit dabei und jetzt schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Ja, das ist ja im Licht immer ein bisschen schlecht zu beurteilen, ja. Also jetzt seht mir das nach, wenn ich das nicht ganz genau gesehen habe. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass ich jetzt hier zwischen, ja, zwischen 7 und 8 hin und her schwanke. Von daher, ein Effekt ist auf jeden Fall zu spüren, auch noch nach vier Wochen, ja. Aber halt, was da draufsteht, dieser Sechs-Stufen-Effekt, ja. Leute, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja. Brauchen wir nicht diskutieren. Aber gut, kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen von diesem Bleaching-Set. Als allererstes Mal, das Ding kostet nicht viel, kostet irgendwie 15 Euro. Du kannst dieses Bleaching-Set überall bekommen, ja. Kannst du bei Amazon bestellen oder beim DM kaufen. Das tut absolut nicht weh, ja. Also du hast keine Schmerzen irgendwo am Zahnfasch oder sonst wo. Es tut gar nicht weh. Und es ist super, super easy anzuwenden. Die zwei Kontrapunkte, die ich sagen kann, ist, dass dieser Aufhellungsfaktor von 6 Stufen ein bisschen zu übertrieben ist. Also eine Zähne werden definitiv heller, kann man so sagen. Aber wie lange das dann hält, weiß man natürlich nicht. Das kann man natürlich auch als Kontrapunkt sehen. Und natürlich die Gesundheit für die Zähne. Ich bin jetzt kein Chemiker, ich kann jetzt nicht ganz genau beurteilen, was da genau auf deinen Zähnen passiert. Aber man sollte das Ganze natürlich nicht so oft machen und fördern für die Gesundheit deiner Zähne. Ist es jetzt wahrscheinlich nicht. So all in all kann ich persönlich sagen, also wenn du zum Beispiel auf eine Veranstaltung musst, ja. Oder irgendwie eine Hochzeit ansteht oder, keine Ahnung, irgendein Event vor der Tür steht. Und du möchtest auf jeden Fall on fleek gestylt sein und möchtest natürlich auch schöne weiße Zähne haben, ja. Warum nicht? Dann kann man sich doch so ein Bleaching-Set mal gönnen, ja. Eine Aufhellung ist definitiv da. Du hast auf jeden Fall so zwei, drei Stufen Aufhellung und dann kann man das auf jeden Fall mal machen. Bevor man zum Zahnarzt geht und eine teure Zahnaufhellung macht, so ein richtig teures Bleaching, was ich persönlich schon gemacht habe, ja. Was a teuer ist und b auch weh getan hat. Leute, würde ich auf jeden Fall sowas bevorzugen. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich persönlich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Und wenn du persönlich dich für dieses Produkt interessierst, Link zum Produkt findest du in der Infobox. Und wenn du da draußen, ja, noch weitere Zahnaufhellungsvideos sehen möchtest, ja, dann schreib es gerne in die Kommentare. Einfach weiße Zähne reinschreiben, Hashtag weiße Zähne, dann weiß ich Bescheid. Kommen wir zum heutigen Shootout. Grüße gehen raus an Ahmed Kork. Ahmed, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du von mir auch mal in meinen Videos gegrüßt werden möchtest, ja, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein. Oder schick mir eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Link findest du ebenfalls in der Infobox. Und vielleicht bist du dann auch schon beim nächsten Video mit am Start. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Ich freue mich über jegliche Interaktion mit euch. Und wenn ihr jemanden kennt, der zum Beispiel jetzt gerade sich für Bleaching interessiert oder vielleicht etwas gelbe Zähne hat, ja, dann teilt gerne das Video mit ihm. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich mit euch mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Peace out.